Hallo, mein Name ist Martin. Ich melde mich hier aus der Nähe von Campos, von der wunderschönen Insel Mallorca. Wir sind eine Gruppe von zwölf Personen und ich wollte euch mal die Eindrücke schildern, die wir hier gewonnen haben. Bei unserer Recherche für eine Unterkunft sind wir recht schnell bei Finca Mallorca gelandet. Und wie ihr vielleicht hinter mir sehen könnt, haben wir uns für die Finca Melina entschieden. Kriterien waren ausreichend Platz, Freizeitmöglichkeit und nicht zuletzt der Superpool, den man vielleicht hinter mir sieht. Also von unserer Seite aus eine ganz klare Empfehlung für Finca Mallorca. Finca Mallorca. Urlaub dir was. Finca Mallorca. Urlaub dir was.